Ahem ja ich den haben wir natürlich vorhin schon gesehen muss man ein bisschen zeigen wie der Level so ausschaut und was man so machen kann für sich schlicht und so sonst kann ich mich Wasser da durch tun sooo mein Freund muss aber schnell machen vielleicht komme ich nämlich doch noch ich will ja mal E drücken für Inventar Du weißt, es ist TAP! Yay! Relief? Das war wohl lech, aber wie? Kannst aber schnell raus hier! Wie, dass man den Schlüssel benutzt! Wie unlogisch! Aber es funktioniert! Quick-Safe! F5! Leck mich am Anus! Ich will nicht zurückschauen! Rennen, rennen! Rechts! Links! Oh mein Herz! Was ist dahinter mir? Ich will so ein bisschen rennen! Was ist dahinter mir? Was ist dahinter mir? Oh mein Gott! Mein Herz! Mein alt Herz macht doch sowas nicht um mich! Gott sei Dank! Hier die Schi-Shot! Die hast du dir echt verdient, ey! Alter! Oh meine Fresse, du! Oh, das war jetzt... Peace! Ich bin wieder zurück in die Zelle! Ja! Das ist wenigstens blödlich, ja! Ah meine Güte! Wo bin ich denn jetzt? Nave, das kennen wir doch! Das ist doch bei meinem Cripper, ne? Nave, ja! Doch, der ist ja schon wieder! Der gibt jetzt einen Moralpredig! Ach, das ist hier oben! Hä? Ne, achso, ich hab jetzt gedacht, das war bei dieser Wendeltreppe! Ne, ne, nicht wirklich! Ist das... was passiert denn jetzt? Bin ich tot? Ist das durchgeschafft? Ist doch nicht, ne? Du hast gerade eine epileptische... Was? Was geht denn ab? Das bin ich wahrscheinlich wieder im Gefängnis. Ich hab jetzt gemerkt, seit ich, äh, neue Aufnahmeprogramm hab. 18.30 Uhr, 18.30 Uhr. Heute werden wir die Macht des Orbs entlocken und letztendlich verabschiedet die Schäden, die mich schützt. Ich fühle es auf mich, und ich fahre für meine Leben mehr als immer. Oh Gott, mein Herz! Oh Gott! Just outside Olschtdär, there is a small settlement, Zimmerman, a dairy farm, lives with his wife and his three children. Okay, am quellas ist jetzt da? Ich hatte den Trainer, er ging da. Unsere Beziehung war nicht erwartete, aber Alexander konnte den Zimmermann runter, ohne einen Geheimdienst zu helfen. Als er sich um die Pfarrer zu beschäftigen, habe ich angefangen zu schauen, die Kinder zu suchen. Wir sollten noch mehr als viele Prisons um den Ritual zu haben, So ist es schon zu Ende, okay. Die Vision. Wow. Loading. Denn die Loading-Screens sieht man irgendwie nicht mehr richtig. Frau, wir sind bald durch, glaube ich. Hat sie toll oder lollig gesagt? Tollig und so. Ah, jetzt wieder da. Wie geht's deiner Sanity, ich glaube? Ja! Die sind umgefallen und Kopf angestoßen. Was ist denn da dran? Ist da irgendwas dran? Zieh einfach mal hoch, sicher, sicher. Es geht nicht mal hoch, oder? Nee, es zieht doch. Ich mach lieber die Tür zu. Ah doch, es ist hier. Aber hier ist alles. Kaputt. Das ist ja der Shadow, ne? Naja. Ah! Gott! Das Zeug, genau. Ja. Ich hab hier nur Glodarium. Gib mir mal die Pfeife! Moment. Wenn du gezogen hast. Gut, dass das Zeug kaum Schaden macht. Ah, verschluckt. Aber es ist nett, wenn ich kaum Energie gehabt hätte. Da liegt was am Boden, oder? Ich dachte schon, dass er fiel. Ich auch. Ähm, hinter dir lag auch was, oder? Oder war das nur ein Stein? Das war nur ein Stein. Okay. Gott, ist das hier dunkel. Vielleicht kommst du jetzt ins Labor? Da kann ich mal gucken. Ist doch gleich auf dem Weg. Ach. Hey, ich hab's ja. Weil wir's können. Ich hab's ja dicke. Yay! Hinein! So. Hier wissen wir aber, ob ein Gripper noch da ist. Willst du das wirklich wissen? Ich könnte jetzt jemanden gebrauchen. Da wird mir reden. Okay. Wie funktioniert das? Heat is streaming out of the compartment. Okay. Warten wir mal. Ich komm bestimmt. So. So. Zu gut koch ich jetzt. Machst du ja ne schöne Suppe. So. Incomplete Tonic. Jetzt kann ich mich schon das Tonic da hinstellen. Nur Haar. Und jetzt hier alles rein, oder? Kleinbar. Alles schön garen und dampfen. Dann hast du ein gutes Süppchen. Kann ich wenigstens... Was hab ich noch gehabt? Nee, jetzt wollen wir uns die drei Sachen, oder? Ja, ja. Aber du brauchst ja noch die... Das, was du grad nicht reintun konntest. Ja, schau her. Grünes Knochenhack. Vergiss nicht, dass du noch die Glant da... Ist noch Päusernes, ne? Ja, ja. Das mach ich jetzt hier. Denk ich jetzt mal. Was auch immer das für ein Gerät sein soll. Wahrscheinlich so ne Saftpresse. Ja. Wo ist Tonic? Na, schau mal zu deinem Freund. Ich könnte ihn jetzt theoretisch befreien. Ich könnte ihn jetzt theoretisch befreien. Ja, da war ich schon. Ja, das krieg ich sicherlich. Haha. Jawoll! Trink, Brüderle! Ja. Bedele! Badarahara! Get me through the gate! Off with the head? Kannst du das Ding noch benutzen? Das hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Hast du denn jetzt schon... den Kripper bei dir? Ich weiß nicht, ich habe zumindest... ihm das Tonic gegeben, ja. Nicht gesagt, take of the hat oder irgendwas, oder? Ich hab's nicht mit Chapman... Ja, ja. Off with the hat oder... Off with the hat, oder ... Ja dann säg ihm mal den Kopf ab! Will ich da reinschauen? Erst später. Gut, dann gar nicht. Hopp, zurück zu Agrippa! Endlich! Agrippa, ich komme! Als Strafe, dass er uns zugelabert hat. Ja, 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 oh Gott! Schnauze! Boah, jetzt pass auf! Was sieht man das? Ne! Haha! Jetzt arbeitet er mit dir über das Inventar wahrscheinlich die ganze Zeit. Oh nee! Das ist wie Murrays Head von Monkey Island 3! Ja, ja, ja! Hab ich den... Boah, ich wollte ihn wegwerfen! Na gut! Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich wieder da hoch, wo sie uns gekillt haben, ne? Ja! War kalt! Ja, ja, ich weiß schon. Schauen wir mal zu diesem komischen... Vortex oder was das war. So, liebe Leute! Ich glaub wir schaffen das ja noch in diesen letzten Part durch! Ist doch klasse, oder Leute? Redet mit mir! Ihr seid so still! Ruft alle, ja Daniel! Ja, Daniel! Ja! Ja! Chancel! Nett! Wow, cooles Bild! Ja! Ich hoffe das sehen die, weil wie gesagt, beim Aufnehmen sind die Loading Screens manchmal ein bisschen... Die Frau rennt weg! Sie hat Angst! Ich glaube, er hat sich auch nicht zugeschaut! Achso, ich muss aufs Klo! Ja, ja! Ich höre Babys! Ich wäre ein Monster! Oh! Ich hab den Ball ein bisschen schwach auf der Brust, ja? Ich versuch' das jetzt zum Ende, ey! Ey, das sind die letzten 20 Minuten wieder voll intens, ey! Kann man den mittlerweile haben! Ja, gute 20 Minuten! Ja, das schaffen wir noch! So, du hast mal gesagt... Tata! Ah, tatsächlich. Cool. Irgendwie jämmerlich. Der hat versucht, das Zeug zusammenzukleben, aber mit einem äh... gewöhnlichen Teer funktioniert das, ne? Naja. Wow, und zwar ein großes Stück. Jawohl. Das ist mein Orb. Der ist so schön perfekt. War das schon immer so? Äh! Was ist das? Ja, ich dachte mir schon. The Orb does not by itself remove the barrier. Something must be done with the machinery. Okay. Ja, naja, es wird nicht fern. Machinery, was für eine Machinery? Aber vielleicht ist es wie so ein RT-Gerät. Ne, der Klappenbind. Das ist ein Hammer reingeschmeißen. Beim Orb an sich kannst du nichts drehen, oder? Ja, ich glaube nicht, ne. Ne, Maschine. Was für eine Maschine? Ich kann mal vielleicht an der Seite, da kann ich doch... Da, wo ich den Tar gefunden hab. Da war doch... Eine verschlossene Tür, wo ich nicht reingekommen bin. Vielleicht ist die jetzt offen. Ausprobieren. Ja. Oh. Oi. Zusammen geht's. Ich hoffe, es kommen keine Gegner mehr. Ich will keine Gegner mehr sehen. Verschreiß nicht. Du hast das auch gelesen. Pst, pst. Ich will Gegner sehen, sofort. Auf der Stelle, das habe ich schon gelesen. 19. August. 19.39. Hä? Ich kann nicht glauben, was ich geworden bin. Eine von den Mädchen hat erhofft, und ich habe sie nachher geholt, all the way upstairs. Ich habe sie heruntergelassen. Und was ist ihr Leben wert? Wie viele Leben kann ich nehmen, bevor ich meine eigene Anrufe verbreite? Sicher, ich würde einen Mörder töten, um einen Innocenten zu retten. Aber um einen Innocenten zu retten? Um mich selbst retten? Ein kaltes, blödeser Mörderer. Ja, wenigstens sieht er sein, ne? Rife Achievement. Was? Ja, wie ich es mir gedacht habe. Darf ich jetzt wahrscheinlich ehrlich? Die Ranch, die haue ich jetzt da rein. Trank. Au. Oh, lech. Nein, die soll ich nicht anfassen. Ah, okay. Wie wäre es mit diesem Ding da? Da kannst du dich nicht auflegen. Nein, jetzt komme ich nicht auf. Ah, das muss ich glaube ich unten sein. Das muss da unten sein. Habba, habba, habba. Wie wäre es mit einem von diesen Steinen da? Oder der Kiste? Oh, Mann. Haltstange oder irgendwas, ne? Hur ist das denn, Ich komme. Wunderschön.